Subversive Theorie, die Sache selbst und ihre Geschichte, von Johannes Anjuli. Im Wintersemester 1989-90 hielt Johannes Anjuli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Michael Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin bis in die Gegenwart hinein, zeigt Anjuli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Hörbuch in 15 Kapiteln, heute Die Rebellion ist gerechtfertigt. Thomas Münzer und die Subversion der Bauern. Eine Gedenkveranstaltung für Thomas Münzer bedeutet natürlich nicht, seiner nur einfach zu gedenken. Er ist eine geschichtlich herausragende Gestalt, die allerdings nicht in die Reihe derjenigen gehört, die üblicherweise gefeiert werden. Vor 100 Jahren wurde Heidegger geboren und aus diesem Anlass fanden überall Kongresse, Vorträge und Debatten statt. Das versteht sich von selbst, denn Heidegger ist immerhin ein bedeutsamer Philosoph gewesen, der dazu das Pech hatte, als großer Philosoph ein kleiner Nazi zu sein. Von daher ist er für die bürgerliche Öffentlichkeit natürlich interessanter als Thomas Münzer. Der eignet sich außerdem nicht für diese vorweihnachtliche Zeit, ist jedoch als Kreatur des Satans in die Geschichte eingegangen. So etwas gehört nicht unter den Weihnachtsbaum. In der Geschichte der Sieger erscheint Thomas Münzer nicht, weil die Herrschaft auch die Erinnerung besetzt hält. So wenig sie sich aus der Gegenwart bedrohen lassen mag, so wenig auch aus der Vergangenheit. Ernst Rölsch, Theologe, Geschichtsphilosoph, Philosoph und Philosophiehistoriker, der zu den großen deutschen Gelehrten der Jahrhundertwende zählt, Er gehörte zur Gruppe um Meinecke, Dilltei und Windelband, verfasste 1912 eine sehr verdienstvolle Darstellung der Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Über tausend Seiten, sehr lesenswert, sehr informativ, sehr lehrreich. Rölsch beginnt mit dem Neuen Testament und geht bis in den christlichen Sozialismus der 20er Jahre. Für Luther und Calvin stehen immerhin 300 Seiten zur Verfügung. Für Münzer, Karlstadt, sogar für Zwingli, einen der großen Reformatoren, der aber das Unglück hatte, keine Kirche gründen zu können, hat Rölsch nur marginale Bemerkungen übrig. Das also ist die Geschichte der Sieger. Warum? Weil es, im Gegensatz zu Luther und Calvin, den anderen Kräften der Reformation nicht gelungen ist, eine konsolidierte Gruppe oder eine feste Gemeinde zu hinterlassen. In den Wirren der Religionskriege sind sie alle untergegangen. Der subversive Anlauf dieser Zeit wurde im Chiliasmus bei Frau Dolcino genommen und er ging über die Alpen hinüber nach England zu den Lolladen, nach der Tschechei, nach Böhmen zu den Hussiten. Beides waren Widerstandsbewegungen, religiös gegen Rom, gegen die kirchlich-geistliche Herrschaft, sozial gegen den Feudalismus. Die Bauernaufstände, die im allgemeinen Bildungsbewusstsein immer mit der Reformation verbunden werden, fanden in Wirklichkeit lange vor ihr statt. Zum Anlauf zur lutherischen Reformation gehören also die Bauernaufstände vor allem der Bundschuh von 1493 bis 1517. Dabei handelte es sich um einen Bauernhaufen, mehr oder weniger organisiert, eher weniger, und er nannte sich Bundschuh, weil die Bauern, wie schon die alten Germanen, Bundschuhe trugen, ein Stück Leder, das mit einem Bund zusammengehalten wurde. Dieser Bundschuh fand sich auch auf der, nach Darstellung einiger Autoren übrigens, roten Fahne der aufständischen Bauern. Es gab Aufstände in Speyer, schon am Anfang 1493, eine ganze Reihe 1502 und dann den Lehener Bundschuh des Jos Fritz bei Freiburg im Preisgau und am Oberrhein. Der Bundschuh kam somit vor Luther und das heißt, Luther war keineswegs der Anfang der neuen Zeit. Dazu kommt der Humanismus, eine an sich nur literarische, intellektuell-philosophische Richtung, die schon im Spätmittelalter mit Petrarka beginnt, der die Wende vorbereitet, die sich seit Joachim von Fiora angebahnt hatte. Eine Wende, die dann allgemeineren Charakter hat, die ganze Kulturkreise umfasst. Es geht um die Transportierung des Himmels auf die Erde, den Übergang von Gott auf den Menschen. Dazu gehört als Vorbereitung und Anlauf auch die deutsche Mystik des 14. und 15. Jahrhunderts, Meister Eckhart. Zu den Humanisten gehört vor allem Erasmus, der mit seinem Moriae Encomium, dem Lob der Torheit von 1509, bekannt geworden ist. Einem Werk von ausgesprochen aufklärerischem Charakter, dem das Lob der Torheit nur das Vehikel für eine kritische Auseinandersetzung mit dem traditionellen Denken darstellt. Gegen Luther ergriff Erasmus entschieden für den freien Willen Partei. Gewiss gehören die Humanisten keiner philosophischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Bewegung an, die sich die Subversion zum Ziel gesetzt hätte. Aber in der doppelten Frontstellung zunächst gegen das Mittelalter, so dann gegen eine nicht-humanistische Reformation, leiten sie durchaus innovative Veränderungen ein. Und hier und da tauchen gar Gedanken auf, die weit über die Epoche hinausgreifen. So findet sich zum Beispiel bei dem Florentiner Kanzler Bruni Aretino die überraschende Wendung, die wahre Societa Civilis sei die Gemeinschaft der Gleichberechtigten und Freien. Die Reformation steht erst am Ende dieser Entwicklung, die nicht etwa am 31. Oktober 1517 begann, als Luther seine 95 Thesen ans Tor der Wittenberger Kirche anschlug, auch nicht am 10. Dezember 1520, dem Tag, als die päpstliche Bulle verbrannt wurde, die ihm den Bann androhte. Aber die Reformation ist doch auch ein Anfang der Neuzeit, einer Epoche also ohne Christenheit im mittelalterlichen Verstande, d.h. ohne gesellschaftlich-kulturelle Einheit. So verstanden, betritt sie kulturelles und gesellschaftliches Neuland und leitet die Emanzipation der bürgerlichen Gesellschaft vom Feudalismus ein. Mit der Reformation meldet sich das Handelskapital politisch zu Wort. Jakob der Reiche, ein Fugger, finanziert die Kaiserwahl von 1519. War der Bruch mit der Tradition auch der erste Ausdruck von Luthers Metanoia, der Sinnesänderung, lutherisch allerdings mit Tut Buse übersetzt, so kam doch schnell die Rückwendung zur Tradition, seine zweite Metanoia. Diese doppelte Sinnesänderung entsprach genau den sich nun anbahnenden neuen Klassenkämpfen. Auf der einen Seite standen die Landesfürsten und die Fugger, auf der anderen die städtischen Plebeer, die Bergknappen, vor allem die Bauern. Ohne Eigentum an Wald und Weide bestritt ihre Frohnarbeit den Löwenanteil der Reproduktionskosten der nicht arbeitenden Gesellschaftsschichten. Hatte Luther die Intellektualität auf Subjekt gebracht, so übersetzte sich diese Transposition in den sozialen Aufstand gegen Kirchenhierarchie, weltliche Herrschaft und feudale Ausbeutung. Die Klassenspaltung provozierte den Antagonismus im Denken, Luther und Münzer sind seine Antipoden. Während Luther von der Freiheit eines Christenmenschen sprach, predigte Münzer die Befreiung der Unteren. Die Gewalt soll gegeben werden dem gemeinen Mann. Und die Bewegung der Bauern trug selbst ein doppeltes Gesicht zur Schau. Einerseits antizipierte sie die bürgerliche Revolution, indem sie etwa das Wahlrecht forderte, andererseits enthielt sie eine agrarproletarische Revolution mit kommunistischen Tendenzen, wenn auch noch in Form eines rohen Kommunismus, d.h. des gleichen Rechts auf die Nutzung der Natur. Im März 1525 wurden die zwölf Artikel der aufständischen Bauern proklamiert. Ihre Forderungen galten überwiegend dem Leben in der Gemeinde, der freien Gemeinde im ursprünglichen Sinn des Wortes. Schon der erste Artikel ist ein Signal der gesellschaftspolitischen Umwälzung. Der Pfarrer soll von der Gemeinde gewählt, aber auch wieder abgewählt werden können, Zitat, wann er sich ungepürlich hielt. Der zweite Artikel geht auf eine radikale Veränderung der sozioökonomischen Struktur der Gemeinde und betrifft das Etatrecht. Es geht um das Problem des Zehnten. Aus dem Zehnten werden der Pfarrer und seine Familie durchaus ausreichend bezahlt. Aus dem Rest wollen die Bauern zwei Fonds machen. Er soll zunächst an die Armen verteilt werden, Zitat, so im selben Dorf vorhanden seiend. Hier handelt es sich im Grunde um die Übersetzung des moralischen Prinzips der Caritas in eine ökonomische Forderung. Was noch übrig bleibt, soll in eine allgemeine Gemeindekasse fließen, woraus diejenigen bezahlt werden, die kein Land haben oder, modern gesprochen, arbeitslos sind, an die, die emigrieren müssen. Die Reisekosten werden von der Gemeinde übernommen. Der erste Punkt ist die Wahl und Abwahl des Pfarrers, der zweite das Etatrecht der Gemeinde. Im dritten Artikel stellen die Bauern die Forderung, dass, Zitat, wir frei seien und wollen sein für alle, das heißt, die Forderung nach Freiheit, aber als Forderung nach Rechtsgleichheit. Es sollen Gebote, Gesetze geschaffen werden, die für alle gelten und nicht nur für die Oberschicht der Gesellschaft. Die Gesetze galten nämlich nur für die Heeren, die Knechte waren ihnen gesetzlos ausgeliefert. Gegen dieses Prinzip richtet sich der vierte der Artikel, der die Gleichheit proklamiert, in einer noch hohen Fassung, die durch die fast durchweg agrarische Wirklichkeit der Gesellschaft geprägt war, aber in einer Form, die durchaus auch später eine große Rolle spielte, die Gleichheit im Naturnutzungsrecht. Die Bauern forderten das gleiche Jagd- und Fischereirecht und sie forderten darüber hinaus das Holzrecht, das dann im 19. Jahrhundert noch bei Marx und an der Mosel eine große Rolle spielen sollte. Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts, gerade infolge des sich ausbreitenden Kapitalismus, wurde in Preußen das Holzdiebstahlsgesetz erlassen. Das Recht eines Jeden wurde rückgängig gemacht, sich das Feuerholz gratis aus dem Wald zu holen. Der siebte Artikel ist einer der wichtigsten. Es wird hier schlicht und einfach die Abschaffung der Leibeigenschaft und der Frohnarbeit gefordert, die Bauern verlangen bare Zahlung. Der neunte Artikel klingt schon wie eine Forderung nach dem, was man landläufig Rechtsstaatlichkeit nennt, und zwar bezogen auf die besondere Form der Gesellschaft. Bestimmte Gesetze sollen so herrschen, dass die Strafe verhängt wird, »Nach Gestalt der Sache und nicht nach uns«, das heißt nicht willkürlich. Mit anderen Worten, hier wird Anbindung der Strafe an den Sachverhalt, an den Straftatbestand verlangt. Der elfte Artikel formuliert eine Forderung, die heute keine Bedeutung mehr hat, aber im 16. Jahrhundert doch sehr entschieden, sehr radikal wirkte, das Recht der Witwen und Weisen auf das Erbe. Es war nämlich so, dass beim Tod eines Bauern, dessen kümmerlicher Besitz an den Herren zurückfiel. Das sind die wichtigsten Punkte der zwölf Artikel der Bauern. Thomas Münzer, unser Jubilar, geht darüber in der Tat sehr weit hinaus. Begonnen hatte er als treuer Anhänger Luthers, obwohl man zugleich sagen kann, dass er ein Reformator anteliteram war, ein Reformator, der die lutherische Reformation praktizierte, bevor sie proklamiert wurde. Schon der 15-jährige Schüler beginnt in Halle mit seiner aufrüherischen Tätigkeit. Er gründet einen Geheimbund gegen die Kirche. Offenbar ging dieser Thomas Münzer bereits von Jugend an mit gefährlichen Gedanken schwanger, er war offensichtlich frühreif und er ist sehr jung gestorben, große Revolutionäre sterben im Großen und Ganzen immer jung, denn er machte sehr schnell seinen Doktor und wurde Kaplan in Halle. Dort setzte er, immer noch vor Luther, seine Umtriebe fort. Luther stellte später in der Rückschau in seinem Brief an die Fürsten entsetzt fest, dass schon damals vor der Reformation der junge Pfarrer Münzer Zitat die Herrgötter ungeweiht gegessen hätte, also zu denjenigen gehörte, die die Transubstantiation der Hostie in den Leib Christi verneinten. Für Münzer handelte es sich bei der Hostie um schlichtes Brot und er aß es ungeweiht. Sein Interesse galt der deutschen Mystik, das heißt der Einswerdung von Gott und Mensch, und es galt überdies, das kommt nicht weiter überraschend, Joachim von Fiore, dem Mönch, der das Dritte Reich verkündet hatte. Dieses kommt bei Münzer zwar nicht vor, aber wohl das tausendjährige Reich, das er wieder aufrichten will. 1520 kam er nach Zwickau und da begann schon seine Verwandlung in den Menschen, den Ernst Bloch einen Rebell in Christo nennen sollte. Er kommt in Zwickau mit den Wiedertäufern zusammen und wird in seinen chiliastischen Gedanken bestärkt, denn die sogenannten Zwickauer Schwärmer waren Joachim Mieten, Anhänger des Joachim von Fiore. Hinter dem Wort Wiedertäufer, eigentlich Anabaptisten, steckt ein an sich sehr einfacher Gedanke, der allerdings revolutionäre Folgen zeitigte, so dass es bald zu blutigen Auseinandersetzungen kam. Der Gedanke nämlich, dass eine ohne Entscheidungsfreiheit vorgenommen Taufe keine Wirkung habe. Mit anderen Worten, die Wiedertäufer waren der Ansicht, eine erneute Taufe sei notwendig, damit der Mensch sich in vollem Bewusstsein entscheiden könne, ob er Christ sein wolle oder nicht. Die Zwickauer Schwärmer beeinflussten Münzer sehr nachdrücklich im Hinblick auf die Möglichkeit der Verwirklichung des Reichsgottes auf Erden. Im Jahr darauf kam er nach Prag und dort begann seine Agitation mit einer Proklamation, über die nicht viel zu sagen ist. Im Grunde ist sie eine noch vorsichtige Radikalisierung der Thesen Luthers. Wichtig ist allerdings, dass schon der Übergang von der lutherischen Position in Richtung auf die Bauern und das Volk sich vollzieht. In der Prager Proklamation heißt es, aber am Volk zweifle ich nicht. 1522 kommt Münzer nach Allstedt in Thüringen und damit hat er die eigentliche Städte seines Wirkens gefunden. Hier nimmt die später zwischen Luther und Münzer ausgebrochene Feindseligkeit ihren Anfang. Sein öffentlicher Auftritt ist mit dem Bauernkrieg untrennbar verbunden. In dessen Anfängen hat Münzer zweifellos eine wichtige Rolle gespielt und zwar gewissermaßen unfreiwillig. Er musste Allstedt verlassen und begab sich auf Wanderschaft, die ihn bis nach Tirol und ins Elsass führte. Überall versuchte er, den ohnehin zum Aufruhr bereiten Bauern seine Theorien zu unterbreiten. Der endgültige Bruch vollzog sich 1524 durch die Fürstenpredigt. Er hielt sie vor einem sächsischen Fürsten eigentlich eine ganz normale Sache. Thomas Münzer war schon bekannt, er wurde dazu aufgefordert, diese Predigt zu halten, aber sie hatte es in sich. Hinzu kam, dass Thomas Münzer die Predigt vorsichtshalber drucken und verbreiten ließ, bevor er sie hielt. Diese Fürstenpredigt ist nicht nur eine allgemeine Anklage gegen die Fürsten, nicht nur eine allgemeine Ermahnung zur Besserung, sondern es handelt sich schlicht und einfach um eine Kriegserklärung an die Grundsuppe, wie er das herrschende Kartell des besitzenden Klerus, des Adels und der Landesfürsten nannte. In dieser Predigt eröffnet er seinem verblüfften Zuhörer, »Des Wucherns, der Dieberei und Räubereien seien unsere Herren Fürsten, nehmen alle Kreaturen zum Eigentum. Die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden muss alles ihres sein. Die Herren sorgen selber dafür, dass die armen Leute zu ihren Feinden werden. So ich das sage, muss ich aufrührerisch sein, wohl an.« Das also war die Kriegserklärung. Luther merkte, dass da etwas vor sich ging, das gegen seine Absichten, gegen seine Philosophie verstieß. Er erinnerte sich des jungen Predigers zu Allstedt und schrieb an die Fürsten zu Sachsen, »Wieder den aufrührerischen Geist zu Allstedt«, Münzer als ausgetriebener Satan, »Ich habe diesen Brief an Eurer fürstlichen Gnaden allein aus der Ursache geschrieben, dass ich vernommen und auch aus ihrer Schrift verstanden habe, als wolle derjenige Geist, das ist Münzer, die Sache nicht in Worte lassen bleiben, sondern gedenke, sich mit der Faust darein zu begeben und wolle sie mit Gewalt setzen, wieder die Obrigkeit, und schwatz daher einen leiblichen Aufruhr anrichtend.« Das ist zu viel an den Tag gegeben. Was würde der Geist, das ist Münzer, wohl anführen, wenn er des Pöbels Anhang gewöhne? Ich habe es zwar zuvor auch von demselben Geist all hier zu Wittenberg gehört, dass er meinet, man müsse die Sache mit dem Schwert vollführen. Da dachte ich wohl, er wollte da hinaus, dass sie gedächten, weltliche Obrigkeit zu stürzen, um selbst Herr in der Welt zu sein. So doch Christus vor Pilatus dies verneint und spricht, »Sein Reich sei nicht von dieser Welt, und auch die Jünger lehrte, sie sollten nicht sein wie weltliche Fürsten.« Das war zweifellos der springende Punkt, dass Christus vor Pilatus in seiner Verteidigungsrede meinte, »Sein Reich sei nicht von dieser Welt.« Die Anklage lautete ja, er habe König der Juden werden wollen. Das ist zwar richtig, doch es ist auch für Münzer der springende Punkt. Er nämlich wollte genau dies, dass das Reich Gottes auf Erden Wirklichkeit werde, dass es doch von dieser Welt sei kein Jenseits. Als Luther seinen Brief veröffentlichte, antwortete Münzer im Dezember 1524 mit einer durch den Untertitel berühmt gewordenen, hoch verursachten Schutzrede, einer zwingend notwendig gewordenen Verteidigung, Zitat, und Antwort wieder das geistlose, sanft lebende Fleisch zu Wittenberg, welches, Zitat, mit verkehrter Weise durch den Diebstahl der Heiligen Schrift die erbärmliche Christenheit also ganz jämmerlich besudelt hat. Wie unsanft die Leute damals miteinander umgingen, merkt man daran, dass Münzer seinen ehemaligen Lehrer, den er übrigens entweder mit Martin apostrophiert oder mit Dr. Lügner anredet, wünscht, schlaf sanft, liebes Fleisch. Doch eigentlich hegte er einen anderen Wunsch, Zitat, Ich röche dich lieber gebraten, dann in deinem eigenen Södlein gekocht sollte dich der Teufel fressen. Du bist eselig Fleisch, du würdest langsam gar werden und ein zähes Gericht werden deinen Milchmäulern. Das war die Sprache des Krieges und auch Luther drückte sich nicht anders aus, als Münzer zur offenen Feldschlacht rief und es sich herausstellte, dass er der Organisator der Bauernaufstände war. Der Beweis war ein offener Brief vom 16. Mai 1525 an die Bauern und Bergleute von Frankenhausen und Mansfeld, der sie aufforderte, die offene Feldschlacht mit den Soldaten der Landesfürsten, vor allem den Truppen des Grafen von Mansfeld, aufzunehmen. Der Brief ist im Grunde eine Wiederholung der Fürstenpredigt, bloß eben an das Volk gerichtet, der Appell, endlich mit der Waffe in der Hand den, Zitat, schönen Garten Gottes vom Gift zu befreien. Interessant ist, dass dieser offene Brief dreimal durch eine Aufforderung unterbrochen wird, die an das berühmte Sa-Ira der französischen Revolution erinnert. Dran, dran, dran. Und auch am Schluss seiner Vorschläge zur Ausrottung der Fürsten heißt es Dran, dran, dran. Als man sah, dass die Bauern losschlagen würden, schrieb Luther im Mai 1525 seine berühmten Ermahnungen zum Frieden, seine Antwort auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben, wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern. Dass die Gewalttätigkeit nicht allein bei Münzer lag, der am liebsten den armen gekochten, eselsfleischigen Luther vom Teufel hätte auffressen lassen, zeigt Luthers Ermahnung, man solle die Bauern, Zitat, Zerschmeißen, Würgen und Stechen und Peinigen öffentlich wer da kann, so wie man einen tollen Hund totschlagen muss. Drum, liebe Herren, erbarmt euch der armen Leute. Das heißt, legt sie alle um, ohne Ausnahme. Dies ist die berühmte Form des christlichen Erbarmens, die schon bei Augustin zum Vorschein kam, als er sagte, für das Seelenheil der Donatisten sei es das Beste, wenn sie massakriert würden. Auch da, Zitat, Erbarmt euch der armen Leute, Steche, Schlage, Würge, wer da kann. Und dann kommt der Satz, Bleibst du darüber tot, Wohl dir, seliglicheren Tod kannst du nimmermehr überkommen. Das war die rechte Einstimmung der Landsknechte auf die Schlacht. Die Schlacht von Frankenhausen ging schlecht aus. Münzer wurde gefangen gesetzt, dem Grafen von Mansfeld übergeben und am 27. Mai 1525 in Mühlhausen enthauptet. Zentral für Münzers Philosophie ist die Weise, in der er sich die Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden vorstellte. Es ist dies bekannt aus dem Protokoll des Verhörs vor seiner Hinrichtung zu Mühlhausen. Auf die Frage, welche Ordnung er sich vorstelle statt des Eigentums der Heeren und Fürsten, steht im Protokoll, die Empörung habe man darum gemacht, Zitat, dass die Christenheit soll ganz gleich werden. Wie er denn die neue Ordnung einrichten wollte? Zitat, haben es auf diese Weise richten wollen, Omnias und Communia, alles ist gemeinsam gemeinschaftlich, und sollte einem jedem nach seiner Notdurft ausgeteilt werden nach Gelegenheit. Das ist eine sehr kühne Vorwegnahme des Prinzips, dass jedem nach seinen Bedürfnissen gegeben werden soll. Es erhebt sich natürlich die Frage, ob die Bauern wussten, dass es schon zuvor, im England des 14. Jahrhunderts etwa, derartige Forderungen und Kämpfe gegeben hatte. Aber die Tradierung ergibt sich aus den Notwendigkeiten ihrer sozialen Lage selbst, nicht aus einer wie immer verstandenen Ideengeschichte. Das geschichtliche Wissen, das andere gedacht hatten wie sie, besaßen die Bauern fraglos nicht. Aber Thomas Münzer besaß es sehr wohl. Er war ja ein Gebildeter, ein gebildeter Christ. Er kannte Joachim von Fiore, er kannte die Forderung nach dem Gemeineigentum, die bis ins 12. Jahrhundert zurückgeht. Es ist dem Münzer keineswegs alles vom Himmel gefallen, sondern er steht in einer Tradition. Aber in der gleichen Tradition stehen die Bauern. Ihre Forderungen sind nicht neu, sondern Resultat eines im Hochmittelalter beginnenden Widerstands gegen Kirche und Feudalismus. Das heißt also, es geht nicht darum, dass plötzlich etwas auftaucht, sich entwickelt und wieder untergeht, sondern es ist eine kontinuierliche Linie, diese subversive, diese rebellische Linie, eine Kontinuität, die versteckt sich fortsetzen und ausbrechen wird. Theoretisch zunächst bei den Monarchomachen, in der großen Rebellion von Cromwell, später in der amerikanischen Unabhängigkeitsrevolution und vor allem 1789 in Frankreich. Und von da aus geht es gleich weiter. Begonnen hatte dies schon mit den sogenannten linken Sophisten. Durch die gesamte Geschichte der Subversion hindurch, durch die gesamte verschwiegene oder verdrängte Geschichte hindurch wird ein Prinzip vertreten, das heute völlig überrollt worden zu sein scheint, vom Endsieg des totalen Kapitalismus. Alle wirklich radikalen Emanzipationsbewegungen der Geschichte haben auf der Abschaffung des Privateigentums bestanden. Münzers Theologie ist eigentümlich, denn ist sie eigentlich Theologie? Dass er sich als Christ verstand, liegt im Geist der Zeit. Die Revolutionäre dieser Zeit operierten alle so selbstverständlich mit der Bibel, wie ihre Erben mit dem kommunistischen Manifest. Ihre Schriften, die von Zwingli, später die von Calvin, sind voller Bibelzitate. Aber bei Münzer tritt etwas ein, das sich nicht mehr ohne weiteres der Theologie zurechnen lässt. Er kritisierte den Katholizismus sehr heftig, doch sobald er mit Luther in Konflikt geriet, als er mit ansehen musste, wie eine neue Kirche neben der katholischen entstand, dass also die Kirche sich nicht als solche auflöste in der Gemeinde, da radikalisierte sich seine Kritik des Katholizismus teilweise zu einer Kritik des Christentums als solches. Es treten pantheistische Züge auf, die wahrscheinlich aus der deutschen Mystik kommen. Ob das Atheismus ist, wie einige sagen, möchte ich bezweifeln, aber Pantheismus, Einheit von Gott und Mensch, ist es jedenfalls. Im 14. Jahrhundert hatte Meister Eckhardt diese Einheit betont und dabei Gedanken aufgegriffen, die schon Joachim von Fiore gehegt hatte. Ernst Bloch meinte ja, Joachim von Fiore hätte Christus in der Kommune aufgelöst, das gleiche gilt für Meister Eckhardt. Bei ihm findet zwar keine Zersetzung, aber doch eine extreme Subjektivierung Gottes statt, die nicht ohne innere Logik ist. Sein berühmtes Wort lautet, Was wärst du, Gott, ohne mich? Der Mensch als Bewusstsein Gottes. Die Vorstellung also, dass ein Gott ohne Menschen ein Ding ist, das nicht einmal weiß, dass es existiert. Nur die Menschen wissen, dass Gott existent ist. Das heißt nichts anderes als, Gott kommt zu Bewusstsein erst dem Menschen. Man fragt sich auch, nur die Theologen fragen nicht danach, was Gott vor der Erschaffung der Welt gemacht hat. Sich selber angebetet? Das jedenfalls ist die berühmte Auffassung von der Selbstanschauung Gottes. Wir finden also bei Thomas Münzer zweifellos einige Elemente, die in pantheistische Richtung gehen. Wie gesagt, Münzer will die Kirche abschaffen und zweitens will er eine Gemeinschaft, die durch das Prinzip Omnia sunt communia charakterisiert wird. Der Chileasmus enthält nicht nur die Absage an die Kirche, sondern auch die an den Staat. Einige Teile der Wiedertäuferbewegung meinten, der Staat sei zu ignorieren. Und dieses einfach nicht zur Kenntnis nehmen des Staates gibt es bis heute, zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. Ihnen ist der Staat nicht etwa ein Gegner, den man bekämpft, oder ein Freund, den man akzeptiert. Der Staat ist für die Zeugen Jehovas einfach nicht existent. Dieser Gedanke war schon im Chileasmus angelegt. Also, wir haben es bei Münzer zu tun mit einer Kritik des Katholizismus, die in eine Kritik des Christentums einmündet und natürlich auch in eine Kritik der lutherischen Position. Daher wird nicht nur die Vermittlungsfunktion der Kirche abgelehnt, sondern auch die Vermittlungsfunktion der Bibel, dazu die Schriftgelehrten, die Pfarrer, die der Gemeinde mitteilen, wie sie die Bibel zu verstehen habe, die Bibelexegese, das heißt das Zentrum auch der evangelischen Theologie. Münzer lehnt die Bibel als Quelle der Offenbarung ab und verlegt die Erkenntnis der Wahrheit, das heißt dessen, was zu tun und was zu lassen sei, in eine Instanz, die er die innere Erleuchtung nennt. Das ist ein weiterer Schritt der Subjektivierung. Die innere Erleuchtung ist das schon erwähnte Lumen Naturale, das natürliche Licht. Der Mensch kommt also zur Erkenntnis des Guten und Bösen nicht durch die Lektüre der Bibel, sondern durch das Wirken der Vernunft in ihm. Der Glaube, meint Münzer, wird lebendig durch die Vernunft. Die Verlebendigung des Glaubens durch die Vernunft, die Unmittelbarkeit der einzelnen Christen zu Gott ist eben die Voraussetzung der Schaffung des Himmelreichs auf Erden, die wiederum noch eine weitere Bedingung hat, die Vernichtung der Herrschaft und die Abschaffung aller Ungleichheit. Daraus folgt Münzers Militanz. Mit der Abschaffung der Ungleichheit einher geht ein Gedanke, der dann noch Jahre nach der französischen Revolution bei Proudhon neu formuliert wird, die Erklärung des Eigentums aus dem Diebstahl, die Feststellung also, dass alles Eigentum im Grunde Diebstahl sei. Noch stärker kommt dieses Prinzip bei den Wiedertäufern hervor, gegen Calvin und seine Arbeitsmoral gerichtet, gegen seine ideologische Rechtfertigung des Kapitalismus. Der Reiche ist böser als ein Dieb und als ein Mörder vor Gott, dem Herrn. Eigentum also ist Sünde. Man kann sich fragen, ob Thomas Münzer wirklich noch Christ gewesen ist. Er selbst war jedenfalls fraglos der Ansicht, seine Revolution werde das Christentum verwirklichen. Er hat übrigens für das tausendjährige Reich, für das konstituierte Omnia sunt communia, eine schöne Bezeichnung, die darauf verweist, was er tatsächlich meinte. Erstens, dass alle genug zum Leben haben. Zweitens, dass alle nach der inneren Erleuchtung leben. So spricht er von der Fülle des Weizens und von der Sonne der Vernunft als dem Prinzipien seines Himmelreichs auf Erden. Diese egalitär-kommunistische Fassung der göttlich-natürlichen Freiheit eines jeden Christenmenschen lässt sich allerdings sehr schlecht ableiten aus der reinen christlichen Lehre. Es ist daher anzunehmen, dass für diese Radikalisierung nicht so sehr eine spezifische Interpretation der reinen christlichen Lehre verantwortlich ist, sondern der Gedankenreichtum, der bei den Bauern in ihren praktischen Forderungen aufkam. Erst der Einbruch dieser politischen und sozialen Revolution ins Denken hat es bewirkt, dass Münzer über den engen Horizont eines christlichen Reiches hinausgeht. Seine Forderungen gehen jedoch mit dem Gang der Dinge nicht überein. Er hat die freie Gesellschaft zu früh verkündet. Am 27. Mai 1525 wurde er enthauptet, aber damit war er noch lange nicht tot. Seine Gedanken wirkten weiter und fanden einen ersten, missglückten Realisierungsversuch bei den Anabaptisten, den Wiedertäufern zu Münster, die wiederum aus verschiedenen Richtungen bestanden. Es gab da auch die friedlichen Wiedertäufer in Zürich, die Münzer vehement ablehnten, deren Führer Grebel 1526 trotzdem hingerichtet wurde. Diese Strömung hat übrigens ihre Nachfolger bis auf den heutigen Tag bei den Quäkern und ähnlichen Gruppierungen. Und es gab, bedingt durch die Verfolgung und auch durch den Einfluss von Münzers rebellischen Prinzipien, die sogenannten bewaffneten Wiedertäufer, auch die Münsteraner Rotte genannt. Sie gründete 1534 in Münster das neue Jerusalem, ein Gemeinwesen, das 16 Monate lang Widerstand zu leisten vermochte gegen die Belagerung durch verschiedene Truppen. Unter diesen Truppen waren Katholiken, es waren evangelische Landesfürsten dabei, sie alle wollten das neue Jerusalem zerstören. Diese Belagerung führte allerdings zu Erscheinungen bei den Belagerten, die vom Kriegskommunismus her bekannt sind, so dass man von der Schreckensherrschaft in Münster sprach. Die Wiedertäufer besaßen eine zwar vage, aber doch der Realität würdige politisch-gesellschaftliche Weltsicht, die sie zu verwirklichen suchten. Ökonomisch ging es um die Absage an das Privateigentum, der Reiche sei böser vor Gott dem Herrn als ein Dieb oder ein Mörder. Gesellschaftlich gingen sie über die benannten zwölf Artikel hinaus. Diese verlangten die Gleichheit vor dem Gesetz, die Wiedertäufer verlangten, frei zu sein wie Christus, also gesetzlos zu leben. Dies bedeutet natürlich die Absage an alle bekannten Institutionen, vor allem an die Ehe. Die Auflösung der Ehe übrigens wurde, kontradiktio in rebus, durch Gesetz dekretiert. Dass damit die Vielweiberei verbunden gewesen wäre, ist ein uralter Vorwurf, der schon im Zusammenhang mit der Weibergemeinschaft Platons erhoben wurde. Politisch übersetzen die Wiedertäufer ihre Absage an den Staat in die Rückkehr zum souveränen Recht der Volksversammlung. Im Grunde war diese Versammlung die eigentliche politische Entscheidungsinstanz und dies innerhalb einer belagerten Festung. An der Verteidigung Münsters beteiligten sich Männer wie Frauen, auch eine Folge der Auflösung der Ehe. Das Wort vom gemeinsamen Haushalt wurde im Sinne der Gleichheit ebenfalls aufgegriffen, ein Gedanke, den wir bei vielen Sekten des Mittelalters gefunden haben, dass der gemeinsame Haushalt keinen Unterschied zulasse zwischen Mann und Frau. Nach der Seite der Theorie hatte die ganze Bewegung mit Luthers Forderung nach der Freiheit des Christenmenschen begonnen. Sobald sie die Massen ergriff, machte Luther seinen berühmten Rückzieher. Unter der Freiheit eines Christenmenschen verstand er stets nur die Freiheit in der Innerlichkeit des einzelnen Menschen, während er für die Öffentlichkeit oder die Äußerlichkeit ganz strikt an dem Gewalt- und Rechtsmonopol der Obrigkeit festhielt. Was bei den Sekten, bei den Wiedertäufern, bei Thomas Münzer und bei den aufrührerischen Bauern aufkam, war eine ganz andere Freiheitsauffassung, eine, die Luther als teuflisch denunzierte. Sie verstanden die christliche Freiheit als Fundament und Ausgangsbasis eines politischen Rechts. Nicht mehr das Recht des Menschen, unmittelbar zu Gott zu sein in der Auslegung der Bibel, sondern das Recht des Menschen, im Gemeinwesen frei zu sein. Nicht die Freiheit eines Christenmenschen, sondern die politische Freiheit als Bürgerrecht, das heißt cum granusalis als Recht des Situyen. Luthers Reaktion auf die Nachricht von Münzers Hinrichtung war wie zu erwarten. Er empfand Freude und sah darin ein Zeichen, dass Münzer eine Kreatur des Teufels gewesen sei. Er kommentierte seinen Tod mit einem Wort, das nicht berühmt geworden ist, obwohl es dessen durchaus würdig wäre, wer sich auflehnt, ist immer im Unrecht. Es mussten Jahrhunderte vergehen, bis ihm schließlich aus China eine Antwort zuteil wurde.